Guten Tag liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen spannenden Runde des Trouble in Terrorist Town Wir sind hier auf einem fliegenden Schiff unterwegs und haben einen neuen Skin am Start Denn wir fliegen heute in die Unendlichkeit und noch viel weiter Oh ich sehe euch nicht, ich muss eins von euch sehen unbedingt Boah geil diese Roboter, diese Propeller hier so Soll ich dich mal da reinkupsen Tobi? So die sind wohl irgendwo hier draußen die Leute Mein Propeller macht auch solche Geräusche Tobi Köring, fließ doch mal mit dem Jetpack rein Ja geil, so mau Komm wenn du Mann bist, komm Erik, mach mal Ja du, du hast noch einen Jetpack Ne, ich hab leider keinen Achso Alter Tobi 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 Fliegt der rein? Hä, hä was? Äh Tobi Wie süß, wie süß Wie du am Lachen bist reingezogen Tobi Voll die Güter Irgendwann am Grinsen Hi Leute Bist zu Unendlichkeit und viel weiter Ja Andy mag mich mehr Die Pan schubst dich jetzt Ich schubst die Pan jetzt Nein Nein, 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 nein Oh nein, 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 nein Bist zu Unendlichkeit Ich habe das schon selber nicht für die Kriege Ähm, ähm, Curry? Ja? Curry? Ähm, Curry? Hä, wie ist der da rein gekommen? Hä? Hallo? Curry-Straitor, Curry-Straitor Nein das ist keine Strater-Falle, nein ich könnte das auch machen. Wo fliege ich denn jetzt hin? Ah! Ich schmeiße die Granate rein! Also ich fliege in die Turbine, Mann! Was? Ich jetzt? Nein! Ich fliege unter dem Schiff her! Aber warum? Ich bin Buzz Light hier, liebe Freunde! Ja, das wisst du! Das kann man gut nutzen, um halt in den Traitor-Shop zu gehen, ne? Voll geil! So, Curry ist weg! Das war's mit Curry! Hallo! Das Gute von mir, ich hab sechs Hitmonds verloren, weil ich doof bin an der Seite. Ich hab auch schon, ich hab auch schon 57. Ja, ich bin auch doof. Landeanflug! Jetzt hab ich noch 51. Curry! Hup-Hup! Mir macht's leid hier! Das bin ich zu Curry! Kann man den kaputt machen? Ey, hör auf! Warte mal! Curry, bleib mal drinnen, bitte! Ich fliege jetzt die nächste Runde! Aua! Ah, Tobi hat mich getroffen! Gar nicht! Das war's, der fliegt einfach nur eine Runde? Hm? Der fliegt einfach nur eine Runde? Ja, ich sag ja, das war wahrscheinlich Traitor, ne? Kannst du gut in den Traitor-Shop gehen? Ja, eigentlich gut! Nein, Tobi! Nein! Ja, meinst du nicht noch, das hat euch hier eine andere Verwendung? Wag es dich nicht, Tobi! Ne, das fliegt einfach rum! Was mich jetzt mal interessieren würde, kann man mit dem Rocket-Laudger aus dem Traitor-Shop das Ding kaputt machen? Das wär geil, ne? Geht aber nicht, weil's nicht Gürtel ist! Das ist eigentlich ein Teil der Map, ein fester Teil, das geht leider nicht, Tobi! Schade! Der Wär aber mega geil! Schaut trotzdem gerne ausprobieren! Übrigens sind das die E-Propeller, die hört man überhaupt nicht! Ja, so! Ich hör' die gar nicht! Hört ihr die Propeller, die riesengroßen Propeller? Ja klar, hör doch mal! Wofwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Warte! Ich muss das auch mal probieren. Ich muss das auch mal probieren. Bitte nicht töten, Curry. Okay, ich geh raus. Hä? Was? Nein, geh nicht raus. Warum sind die Türen beide offen? Nein, dann lass die auf. Ich brauch frischen Luft. Sind die jetzt beide da drin? Ähm, Hilfe! Ich möchte wetten, dass einer von denen gleich tot ist. Oh, da kommt da einer wieder zurück! Hey Curry, Hilfe! Hilfe Curry! Nein, Curry, bist du scheiße! Was? Curry ist rausgesprungen. Warum? Ich schwör, ich war das nicht. Der ist einfach rausgesprungen. Moment, war ich zu sicher? Ja, ich bin 100... Ja! Meinst du, ich erfinde das? Ähm... Ähm... Also entweder Curry hat ein Jetpack oder Curry ist in den Selbstmord gesprungen. Ähm... Hallo? Lebt noch jemand? Jetzt nicht mehr. Hallo? Pan? Ja? Es ist gerade sehr laut, deswegen höre ich wahrscheinlich nichts. Ach so. Ich habe gesagt, jetzt nicht mehr! Ach so, Tobi? Es gibt keinen Tobi mehr. Aber... Aber du kannst nicht Traitor sein, weil du so süß bist. Du bist süß! Nein! Du bist der süßeste Mann der ganzen Welt! Jawohl! Ich bin eine Pistazie! Nein, du bist keine Pistazie mehr! Betonung auf Piss! Curry! Curry! Aber wieso flüstern denn die Toten? Ey, ey, ey! Boah! Ich würde so viel Hate kriegen jetzt in den Kommentaren! Ich würde so viel Hate kriegen! Ja, ja, ja! Jetzt hate doch lieber bitte! Scheiße! Ja! Ja! Tobi! Ah! Was denn Tobi? Wie chattet man? Was? Challenge schreiben? Was? Mit U! Was? Challenge schreiben? U ist Take Chat! Ich habe gefragt, wie man chattet. Was war das denn? Das war irgendwie eine Formel, ne? Ja, ja! Lass mal! Da ist ja wieder ein Secret! Meinst du, das war die erste Formel? Dann wäre es nämlich Formel 1! Ach Tobi, Alter! Oh, Tobi, ernsthaft? Der war gar nicht mal so schlecht, ne? Nicht mal möchte ich ihn verprügeln. Oh! Ja, dann bleibe ich nicht. Boah, fuck! Es ist so warm, ey! Aaaaah! Was denn? I hate it! Ähm! Hallo? Hallo? Scheiße! Du kleiner Wichser! Du kleiner Wichser, Kari! Du kleiner, dreckiger Wichser! Wie er mich voll wegschießt von der Tür, weißt du? Aber diese Kackwaffe ist echt scheiße, man, als die andere. Hab'n Schutzschild! Oh! Äh! Ich wollte, ich wollte diese Rätsel lösen. Aber es wäre so geil, wenn jetzt jemand die wenig abgeballerst vorhin hätte. Hier, guck mal! Guck mal hier! Wo ist denn der, Thomas? Ich sprich einfach ganz dumm aus! Wo bist du denn? Oh geil, wohnt das XP? Und guck mal, Tobi, kannst du was erkennen? Warte, ich will auch gucken. Ja, das ist ein Ort noch so das Fenster. Das Ausführerfenster. Da ist, äh, warte mal, ich hab das Sniper, was ist da drauf? Was ist denn da drauf? Da ist auf jeden Fall Steam aufm Desktop, das seh ich. Hey, warte. Schaut aus. Guck mal, unten links steht Fahrt, Curry. Alter, der hat glaub ich, der hat glaub ich schon mal CSGO geöffnet, Alter. Der Tobi muss noch mal seinen Skinny hier. Ah, nicht wegmachen! Nein! Oh, ich hab's kaputt gemacht. Toll! Weg! Weg, Günther! Weg, Dag! Moin, Thomas, was geht? Alles klar, hau rein. Naja, schade. Aber Hauptsache rennt mich noch mit, weißt du? Ich kann die Bombe immer nicht. Was? Hab ich Tobi nicht erwischt, dann hat sich alles gelohnt. Du hast mich getötet, oder? So, irgendjemand reich ist. Warte mal! Oh Mann, Pan, ich wollte den runterwerfen. Ist mir scheißegal. Ey, Pan, was bist du aggressiv heute? Ich bin aggressiv und wie heiß ist. Mir ist so warm. So, kann ich jetzt bitte mal das Hälfte machen, ohne dass mich jemand umbringt? Wo ist denn hier ein Rätsel? Was ist hier los? Da war doch irgendwo diese Formel an der Wand, Mann. Die muss doch, die war doch hier irgendwo. Werdest du jetzt einfach die Unterschrift vom Map erstellen? Ach, das ist nicht die Unter-, da war eine Formel an der Wand und man konnte Knöpfe drücken und das will ich jetzt machen. Alter, Tobi ist so bekloppt, Alter. Die geime Formel. So, warte. Was ist denn jetzt diese fucking Formel? Nein, die Waffe will ich nicht mehr. Die Scheiße. Heiß. Es ist so heiß. Danke, was macht der denn da oben? Ich bin auch Innozion. Ja, die Formel. Sag mal, Pan, kannst du dich mal jetzt ruhigen, bitte? Nein, das reicht, ich bin aggressiv, mir ist warm. Ja, uns ist allen warm, Pan. Stimm mal vor, alle Leute würden aggressiv werden, wenn es warm ist. Uns ist allen warm, Pan. Boah, ich hoffe, schwitzen so sehr. Curry! Ich hoffe, schwitzen. Da wäre der gesamte Name aus dem Kriegsgebiet. Äh. Äh. Was ist das hier für ne, für ne Fernseh-Ecke? Uah, 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 uah. Uns ist allen warm, Pan. Ein warm. Okay, Leute, es reicht. Ich werde es tun. Äh, was? Was denn? Ich spring jetzt hier runter. Ciao. Nein, hör mal auf damit. Warum? Weil ich Traitor bin. Ich will dich töten als Traitor, hör auf. Ich will dich töten. Ich spring mit, Pan. Wo bist du? Wo bist du, Pan? Ich will Punkte sammeln. Hier, ich dachte, das ist das Sprungbrett in den Swing Pool. Pan, stopp. Ach, nach vorne. Stopp. Stopp. Ich will dich töten. Ich will dich töten. Ich will dich töten. Nein. Stopp. Nein. Nein. Weißt du, was voll lustig wäre? Auf, auf und davon. Bist du, was, was? Äh, Tobi? Ah. Erik? Tobi? Ja? Was hattest du da grad für ne Waffe in der Hand? Ich versuch grad die Dinge jetzt, aber ich hab keine Diegel. Nimm die mal nochmal in der Hand, bitte. Ja, gerne. Diegel? Die andere? Nein, ich hab keine Diegel. Du hast irgendeine kleine Waffe grad in der Hand. Ja, nimm mal die kleine... Es war diese hier. Nein, davor. Ich hab nur einzelne rein. Nimm die Pistole in die Hand, komm. Hopp, hopp. Ich hab keine Pistole, deswegen sag ich doch mal. Erik, du brauchst... Nimm die auf den Sack mit eurem Schweiß schon wieder. Nimm jetzt die Pistole in die Hand, komm. Hopp, hopp. Ja, nimm mal eine. Gibst nämlich eine in die Hand. Erik, Erik, Erik. Das war der Curry. Ja, gib mir eine. Curry. Nimm in die Hand, komm. Ach, ist das schön. Beim zweiten Mal wird's härter, komm. Mach's mir jetzt Offerten oder was? Hertha BSC. Nimm die Pistole in die Hand, komm. Ich hab keine Pistole. Okay. Du wirst dich doof fühlen? Wenn du hinterher bei mir auf den Channel nimmst, ich hab wirklich keine Pistole. Für jede Lüge stirbt jetzt ein Stuhl. Du hast Stühle auf dem Gewissen. Nice. Nice, Erik. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ciao. Ja, das war ich auch. Die Stühle einfach runtergefallen sind. Alles klar, jetzt. Tobi, hast du wirklich ne Waffe gesehen? Also irgendwas hat er in der Hand gehabt, was nicht die Crowbar und die Knarre war. Seine Richtlinie. Ich habe nur die Knarre und die Crowbar. Und... Nöle Knarre. ...Grenade und Magnetostick. Und Holster. Aber du hast grad gesagt, du hast nur die Knarre und die Crowbar in der Hand. Ich hab gar... Ich hab gesagt, ich habe keine Deagle. Nee, nee, keine Deagle. Irgendeine kleine Waffe. Irgendwas Kleines hast du noch gehabt. Ich hab... Ich hab das von Weitem nicht richtig gesehen. Ich bin mir immer nicht sicher. Also ich will das jetzt nicht verschreien. Ich will das nicht verschreien. Au. Toll, danke. Hä? Ach, ich bin jetzt schuld oder was? Danke, Curry. Danke. Ach komm, dann komm. Hau ab. Komm, geh. Er fällt wieder auf dem Helikopter. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Was ist mit dem Mann? Fah, 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 fah. Curry fliegt wieder auf Businessreise. Fah, 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 fah. Brauch Frischluft. Hey! Was denn? Aua! Ey, wer schießt auf mich? Na? Wer hat auf mich geschossen? Grinst mich nicht so an. Ich hab's genau gehört. Ich hab's genau gehört. Da schießt jemand. Leute, das ist sehr gefährlich. Schuss. Passt auch. Tobi? Tobi? Ja? Tobi ist schon tot. Achso. Okay, Tobi. Guck mal, wie der Erik, der Erik ist es. Der Erik, ey, der Erik ist es sowas, ey. Sowas. Ich hab Äpfel gefunden, oder? Ne, Abversiegel. Ich hab keine Ahnung. Du bist es, Erik. Du bist es, du bist es. Ja, ich bin es. So, hier. Den Raum meinte ich. So. Was ist los? Hallo. Alter, das ist ein Traitor-Tester. Komisch, der aussieht. Aber was heißt das? Was heißt das? Ja, I ist innocent. Wo sind die hingelaufen? Ach so. Da müssen zwei in die Kabine. Und dann... Ah. Dann tauschen wir unseren Körper, oder was? Wenn zwei Traitor reingehen, ist es auch grün. Alter, wie gemein ist das denn? Warte mal. Ja, vor allem, was ich geil finde, du weißt ja dann nicht, wenn er jetzt zwei... Wenn da jetzt I und T reingehen, dann weißt du ja nicht, welcher rot ist, ne? Weil ja keine Dings leuchtet. Ja, ja, gut. Aber der Innocent weiß es ja. Ja, der kann den Traitor natürlich. Aber Tobi, ist es dann ET? Das ist gut möglich, Gary. Ah, mein Gott. Ich muss telefonieren, ich bin Traitor. Erik? Ja? Was denn? Wo ist das Ding denn? Geh nicht im feuchten Namen. Hey, komm dir her, ich will das sehen, ich will das sehen. Nein. Erik, wo ist es? Sag's mir, komm. Schubst mich. Bitte sag's mir. Hier runter bestimmt, ne? Ja. Hier die Tür. Was? Wo? Oh, geil! Äh, was ist denn das? Hab ich doch die ganze Zeit gesagt, mir glaubt keiner! Cool. Äh. Ja? Da fliegt die Pan mit diesem komischen Kasten rum und zittert die ganze Zeit dabei. Hä? Schau mir das hier schön an, alles. Au. Was war das? Lebst du noch Pan? Ja, ja, ich lebe noch. Ach so, okay. Hä, aber was passiert denn? Was passiert? Hä? Was passiert? Was passiert denn mit dir? Hä? Warum grinst du mich so komisch an? Ich grinse immer so. Erik. Leute, das ist kein Traitor-Tail. Na, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass der Tobi genau jetzt hinter mir steht. Erik. Ich hasse dich und alle deine Nachfahren. Hahahaha. Wie lau das auch! Hahahaha. Wie genau das auch? Hahahaha. 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 Wie geil das bloß, Alter. Wie geil das bloß, Alter. Wie geil das bloß, Alter. Man wollt' ich mal so aussehen werden. Ja, aber komm. Hahahaha. Ich muss aber auch sagen, ich bin Zeuge, du musst sehr müde sein, weil ich weiß, dass du sehr wenig gestraft hast. Leute, das macht kein Sinn, dass es kein Tobi das trägt, seitdem. Das ist abgesehen, aber Tobi war hinter mir, das kann ich nicht ahnen. Der war die ganze Zeit unten mit Curry und ich dachte, oh ja, safe call, kann ich gar nicht mehr gehen. Hey, ich bin doch mit dir hochgelaufen. Hab ich nicht gesehen. Aber weißt du, was die Hauptsache ist? Weißt du, was die Hauptsache ist? Ja, schönes Haar. Ich hab dich lieb. Jetzt ist ja alles gut. Jetzt bist du wieder sehr männlich. Weil du Traitor bist, ne? Leute, kommen wir zur Formel bitte, zu der Formel-Dings. Ich will da testen. Wo ist die Formel bitte? Das ist kein Traitor-Tester. Das kann kein Traitor-Tester sein. Das ist ein Traitor-Tester. Nein, aber das können... Der Curry ist Traitor. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Wo ist das die Formel? Ich sperr mich selbst in den Raum ein, Tobi. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Ja, da kann ich doch nichts für. Ich hab Fenster aufgemacht. Curry ist Traitor. Curry ist Traitor. Ja, bring mich um, komm. Warum geht die Tür nicht mehr auf? Ja, das weiß ich doch nicht. Alles klar. Kann ich auch da hinkommen, bitte? Kann mir jemand sagen, wo das ist? Ich lauf einfach rum. Irgendwann find ich euch schon. Ah, da, endlich. Wo ist denn die Tür? Ähm, ähm, Tobi? Was ist da los, Leute? Das waren die Fässer im Raum. Da war aber auch die Action. Aber da weiß keiner drin, oder? Nein. Der Curry ist hier drin. Das ist auf jeden Fall kein Traitor-Tester. Das macht keinen Sinn. Das ist so... Alter, Curry erzählt wieder seine Geschichten jetzt. Oh, Curry! Hast du dir schon wieder selber ans Bein gepinkelt? Da sind zwei Kammern drin, damit man nicht genau weiß, wer Traitor ist, wenn zwei Leute rein gehen. Ja, da macht ein Traitor-Tester natürlich vor allem richtig Sinn. Das kümmert mich grad an die Polizei-Map, ey. Wie gerne ist das denn? Oh, Curry! Hey, ich bin doch kein Traitor! Ja, jetzt kümm ich mir auf einmal wieder auf. Ja, ich bin auch Traitor! Ja, jetzt kümm ich mir auf einmal wieder auf. Alles klar, Curry. Hä? Ich bin kein Traitor! Und jetzt kümmst du auf einmal wieder auf? Ja. Ich bin kein Traitor! Ich bin kein Traitor! Ach, Curry, du kannst mir nichts erzählen, Alter. Was? Diese Runde nicht, Curry. Oh Gott, das ist ja gemein. Ey, ihr seid so... Das ist so Schwachsinnig. Tobi, Tobi! Warum soll ich mich selbst in dem Raum einsperren? Tobi, fünf Euro für Verdachtskill, komm. Nee. Schieß mal mit der Diegel bitte, Tobi. Schieß mal mit der Diegel bitte, Tobi. Kann ich ja nicht mal ein Grundstück kaufen, ey. Tobi, schieß mal mit der Diegel! Schieß mit der Diegel! Go, go, go! Komm, schieß, schieß! Was willst du denn für mich? Du bist am verdächtigsten hier! Schieß damit jetzt! Schnauze! Schieß! Ja, danke. Bitte. Macht ihr das gerade wirklich? Ich bin am verdächtigsten! Das ist so'n Witz, Alter! Ja, wieso geht denn die Tür nur auf, wenn du sie aufmachst? Ja, weil ich mich selber einsperre als Traitor! Ja, vielleicht ist es ein Traitor-Raum, was weiß ich! Ja, komm! Ja, genau! Deswegen kamen ja auch vorhin beide rein, Alter! Leute, hörst du den? Ja, die Tür war ja schon auf! Die Tür war ja schon auf! Wir haben dir ja nicht zugemacht, ey! Oh mein Gott, ey! Ja! Vor allem, wenn er sich so künstlich aufregt, ist er immer Traitor-Raum! Ja, dann erschief mich! Ja! Und dann kommt immer, ja, dann erschief mich! Ja! Ihr sagt ja schon so oft damit richtig, Alter! Ja! In der Tat! Na klar! Okay, gut, dann bring ich mich jetzt um, dann werdet ihr sehen! Hi, Tobi! Och, Curry! Tschüss! Go! Guck mal, ihr sagt! Guck mal, was das Geile ist! Ja, spring doch! Wir haben doch gewartet! Ja, du hast doch gerade gesagt, du springst! Ciao! Boah, wie gemein ihr seid! Er hat eh nen Jetpack! Ja, klar! Auf jeden Fall! Ja, wieso redest du denn noch? Ja, ist der jetzt echt geschwungen? Ja, aber der ist nicht tot! Oh, Curry! Da ist er doch! Ah, das ist Erik! Alles klar! Was? Nein, du, sah gerade so aus! Auf jeden Fall lebt er noch! Äh, Curry lebt sowas von! Scheiße, ich hab hier echt Mücken! Was? Ja! Ja, wir, ich hab hier Mücken, also an dieser, äh, Lampe hier! Gibt's ihn! Gegen Mücken! Achtung! Hier komm ich! Weeeee! Siehst du den Curry noch, wenn du da unten rumfliegst? Nee, ich hab keinen gesehen! Äh, ich seh da aber Blut, ist das von mir gerade? Warte mal eben! Ah, wie! Einen Moment! Hey, Tobi! Oh, mein! Hä? Von wem ist das Blut? Du-du-li-li-li-li-li-li-li-li! Also wir verständigen uns darauf, wenn jetzt gleich noch einer Curry sieht, schießen wir noch. Ja, okay. Klick mal mit dem Ding kurz! Ach, warte, ich komm mit! Ähh, ich wollt mit! NEIN! Ah! Entschuldigung! So, wenn ich gleich sterbe, is es Curry! Unabhängig von allem. Was denn? Was denn? Ja, ich bin hier. Okay. Oh, es ist laut hier in diesem Ding. Oh scheiße, warte, ich mach kurz meine Hände trocken. Wui! Ha! Huh! Du müsstest mich ja gleich sehen. Hey! Hey Pan! Bitte nicht schießen! Warum rennst du die ganze Zeit? Das macht man automatisch mit Heli, glaube ich. Wer ist da gerade gestorben? Erik? Curry! Curry! Tobi! Warte mal, ich hab Connection Problem. Warte. Äh, scheiße, nein, ich warte. Ah, ich auch. Ich auch. Was ist das? Warning, Connection Problem. Hä? Auto Disconnect, was? Connection Problems. Ja. Das macht Curry, das ist eine Trailerwaffe. Ja, ist eine Trailerwaffe von mir. Ähm. Scheiße. Ähm. Ja. Ja. Autodisconnect in 40 Sekunden. Ja, dann trink ich ja was. Das finde ich gerade aber nicht so gut. Heute läuft. Ah. Hm. Will jemand ein Ferrero Küsschen? Ich hätte da noch eins. Alter, Tobi, ich leck dich auf. Boah. Warum fängt das immer wieder von neu an? Ich glaub, du hast, ich glaub, die Map wurde gecrashed mit dem Ding da. Oh, das kann sein. Ja, das kann sein. Es ist mal 40,2 Sekunden und zieht da runter. Ja, Tobi, ist doch nicht gut. Ja, sorry. Wer hat diesen Regenbogen gepflanzt? Ja, wer hat den gepflanzt? Ich war's. Du benutzt den aber nie. Ja, du warst nicht, Trailer. Ach, was? Mhm. Oh, warte, warte. Dead, Currywurst, Yo. Yo. Konsole sagt Yo. Oh. Was war das jetzt? Ich konnte schießen einmal. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt auf mein Leiche. Hey, you are playing Gary's Mod. Okay. Der Server fängt sich nicht mehr. Das kannst du vergessen. Ja, warte mal, warte mal. Das geht richtig nach vorne, der Server. Oh, so sieht das schön aus mit dem Regenbogen hier. Sieht echt schön aus. Ja, das finde ich auch. Ich fand den Regenbogen toll. Da hab ich ihn gemacht. Hm. Das wissen wir sowieso schon alle. Nee, so sind ihr nicht. Übrigens bei mir auf dem Server nur Pan und Gronkh. Ich weiß, wie es bei euch ist. Nur ich. Nur ich. Ja, okay. Dann würde ich sagen... Oh, ich bin so doof. Warte. Bei mir werden alle angezeigt. Soll ich einfach mal so Arschtoch sein und sagen... Es geht wieder. Hä, es geht. Es geht. Hä? Ich glaube der Regenbogen musste weg. Aber ich bin alleine. Nee, doch nicht. Uh, ich bin ja gar nicht tot. Oh, scheiße. Ich bin doch tot. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Hm. Wer ist denn jetzt Traitor? Achso, ich bin doch tot. Ich darf nichts sagen. Ja, wer ist denn Traitor jetzt? Ja, Tobi, guck mal her. Lass uns hinter uns. Äh, wir bringen gerade. Achso, der Erik ist tot. Alles klar. Ey, das war voll gut von mir. Weiß los hier. Hab gedacht. Der Curry hat dir aber auch gut geholfen. Aber Curry, es tut mir so leid. Ich musste... Oh, ich hab immer so schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Aber langsam will ich auch mal. Du hast recht. Nee, langsam will ich auch mal. Tobi? Ja? Wie wär's denn mal hier? Ja, ich bin hier oben. Bist du da fett am Campen? Du bist nicht hier oben. Nein. Nimm mich in meine Arme. Nimm mich in die Arme. Ähm, Tobi. Welche? Lecker. Tobi. Ich will hier voll schon mal drücken. Ich will nicht das Server hat gelegt, ich wollte nur eine Granate schmeißen. Oh, es ist warm, ey. Der Server hat gelegt. Server hat gelegt. Oder du. So. Na Curry, du alte Traitor ist auch. B-b-b-b-b-b. Curry tut mir echt geil, ey. Ey, du hast es noch gar nicht gemacht. So fett am Ruhekeiter wieder. Ich hab es auf dich geschoben. Du hast es auf mich geschoben? Häh? Hast du es nicht mit gekriegt? Oh, dann... Tobi und Erik waren doch... Die waren doch sofort dabei. Die sind immer sofort dabei. Ja, ja, aber ich hab's halt auch dann... Ich hab dann mitgemacht. Ich hab dich voll verteidigt, hast du mir nicht zugehört? Ja, komm Schnauze So, ich habe es nur mit der Tür vernächtigt gefunden, dass sie bei dir abgeschlossen war Ja, weil Pan die abgeschlossen hat Dann weiß ich doch nicht, dann sag das doch das nächste Mal Ja, ich sollte, ich schließe mich auch innen drin selber ein Ja, dann sag das doch das nächste Mal, dass die Pan sie abgeschlossen hat Ich sag's tausendmal, du hast mir nicht zugehört Du hast das überhaupt nicht gesagt Neee, spurt zurück mit Tobi Aber Erik, hat der Curry gesagt, dass die Pan die Tür abgeschlossen hat? Ich hat er nicht gesagt Das war's nicht Hat der Curry gesagt, dass die Pan die Tür abgeschlossen hat? Nein, ich hab gesagt, dass ich niemals von innen abschließen würde Ja, dann sag doch aber, dass die Pan das kann, ich weiß das doch nicht Hey, ich wusste es doch selbst nicht mal Ich muss Currys Facecam sehen bei der Folge, wie das sich auffällt Ich muss mal zu mir angucken, hallo Seht aus wie Kanna hier aus dem Screen, da steht Fart Ja, ja, das hab ich grad schon mitgekriegt Nämlich auch hier Panda nun, Panda Ja? Ja, TBS Reports Und ich bin schon wieder innocent So schön kühl Ja Tobi, hast du abgesperrt Ich auch, ich bin mega innocent Nein, ich bin runtergefallen Was? Tot? Was? Als ob, als ob der runtergefallen ist Doch Tobi ist ein bisschen in den Gätschen Tobi ist runtergefallen Oh ne, das ist ein lustiges Fall Mal gehen wir doch mal schwimmen, Freunde Uiuiuiuiuiui Ich geh nicht schwimmen Aber man kann das Wasser irgendwie nochmal aktivieren Der Currys Traitor, der wir uns zum Schwimmen locken und das ein Traitor voll Ich wollt's nur sagen Ja, okay, Fall ist aufgedeckt, ich bring mich um, ciao Okay, mach mal Ich geh jetzt ins Wasser, wenn ich sterbe ist der Curry Traitor Ja, ich war grad selbst im Wasser Hä, ich dachte Curry würdest dich wieder umbringen Ich tu's jetzt, ich tu's jetzt Du bist Traitor Hä, natürlich wusstest du das Ich hab's getan Hä, warum soll ich das immer wissen? Ich kenn die Map überhaupt nicht Weil du Traitor warst schon Hä, ja und? Was sieht man doch? Was ist los? Wer ist das da oben? Das bin ich und beobachte Ich hoffe zu beobachten, du ist locker Ich bin dann schneller beobachten Ich bin dann schneller beobachten Den Erik ist ganz bange Bange ist sehr range Kartoffeln Kartoffeln Eine Frau Kartoffeln Was war das denn? Kartoffeln Leute Kartoffeln Horizon Horizon Na 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 Pan, Pan Curry Ne, das ist Curry Curry zielt auf mich mit einem Diegel Aha, aber Pan oder was? Curry 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 Schieß mal irgendwo hin, aber nicht auf mich Ich bin so gefährlich Huuu 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 Ich beobachte jetzt Simsalabim, ich hab dich gleich Huuu 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 Was machst du da? Ah Äh, ich bin, ich steck fest Toll Toll Gut, dann kann ich mich wieder verstecken Pan, kannst du mich bitte einmal hauen? Kann mal jemand mit dem Heli fliegen, bitte? Pan, kannst du mich bitte einmal hauen? Nee Ich steck fest Ich, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren Curry Huuu Ernsthaft jetzt? Ich will den Curry auch nicht hauen Ernsthaft? Hau da, jetzt hau ihn doch Der, Erik ist doch in der Nähe Hey, ich bin schon längst mich an da Okay, wo bist du denn Curry? Ich hänge hier so einen Türrahmen Ach da, okay, warte Und danach muss mal jemand mit mir kurz Heli fliegen Sehr wichtig Waaah Moment Hä, warum, warum, warum? Ja, frage mich auch gerade Das wird derjenige gleich sehen, keine Sorge So, Curry, danke schön, ich hab sieben verloren Äh, was kommt mit den Drohungen? Einmal hauen Aua Alter Ist der verarschend? Danke Pan, schnick Curry, Pan, Shredder So, Curry, komm mal mit So, warum soll man jetzt mit dir Heli fliegen? Komm mit Warum? Weil wir jetzt was versuchen Na, warte mal, sag mir erst mal warum Du wirst es sehen gerade, oder? Willst du dich gerade töten lassen vom Rotor? Hä, na, Quatsch, ich sterbe nicht, komm Willst du da jetzt drauf stehen bleiben? Ja Erik, ich mach das nicht Das wird klappen Warte, warte, ich guck zu Nicht Curry, nicht töten Nicht, nicht, was bitte Nein, hä, nein Nicht töten Du willst dich gerade töten, indem du da drauf stehst Nein, ich soll doch einfach hier stehen während der ganzen Fahrt und kann alles schön genießen Ach so Jetzt mach doch mal Erik Ja Äh Willst du das lieber machen? Also, ich will das nicht machen Curry, wenn sie es möchte, dann komm Ich will doch nur gucken, ob das klappt Ach, da du jetzt dann wieder wehst, aber ja klar Ich kann doch rechtzeitig hier abspringen Ich will das jetzt, ich will das filmen Jetzt komm Aber Pan, du weißt, das kann in die Hose gehen Nein Weil man rennt die ganze Zeit mit dem Heli mit Nein, ich glaube an mich Ich glaube an mich Ich schaffe das Ok, ich steig aber wieder aus, ok? Ok, schieß bitte nicht auf mich, Pan So Ok, gehts? Ich traf die Bahn Oh Gehts? Es scheint zu funktionieren, ja Ja Tschüss Äh, es ist ein bisschen krass Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Oh Gott, ja Ich hab Angst Zu Recht, Alter, das sieht echt böse aus Oh, diese Aussicht vor meinem Tod Ok, ich lebe noch, ich... Oh Gott Ich bin unter dem Schiff Alles ist in Ordnung, ich lebe noch Ich lebe noch Ähm Was war das denn? Khan Curry, ernsthaft Khan? Mit so fucking lokomotive curry, ernsthaft Mit der fucking Lokomotive auf dem Heli? Ich hör, ich bin's nicht. Wie sie einfach durch den Helikopter geflogen ist, die Lokomotive. Alter, der Curry ist so ein Windall, einfach. Der Curry ist auch privat aus wie diese Pistazien und wie dieser Pistazien stinkt. Was? Voll nicht! Hör auf damit, so was zu sagen. Die Leute kennen dich doch. Das war voll nett. Thomas, der ist mit uns geflogen. Das war einfach so bescheuert und unnötig, vor allem über die Bahn, der echt eine super Aussicht hatte. Weil es funktioniert hat. Oh Gott. Ach schön, ja und jetzt? Jetzt soll ich dich jetzt suchen, weil du dich irgendwo versteckst oder was? Ich versteck mich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich bin kein Traitor. Achso, hä? Aber das ist Tobi-Traitor. Ja, stimmt, tatsächlich. Hä? Tobi, wo bist du? Komm raus jetzt. Du brauchst ganz aufhören, nix mehr zu sagen. Hat jemand ein Fass bestellt? Ich hab grad ein Fass runtergeworfen, Erik. Ich glaube, du warst das Fass. Ich will dir nix unterstellen. So gewichttechnisch oder so, aber... Boah. Und jetzt? Wollen nicht. Ich such dich aber, ich weiß nicht wo du bist. Du suchst mich. Ja klar. Okay. Dann such mich mal. Hä, wo bist du? Es ist nur noch eine Minute. Geh ich jetzt nach unten. Ja. Könnte aber auch gelogen sein. Ich kann auch nach oben gehen. Ja. Ja. Curry ist da. Es ist dumm. Ich hatte noch diesen scheiß Sniper. Ich steckte wieder fest mit meinem Fass, ey. Oh. Ich dachte schon, ich... Oh Mann. Ich hab das Fass runterfallen sehen. Du wolltest eigentlich erschießen, dann warst du aber da schon weg. Hast du gesehen, wie ich mich in das Fass verwandelt habe? Nee, nee. Er ist nur vom Himmel gefallen einfach. Das war... Ja. Ah. War lustig. Wie geil das aussah, als dieser Partyzug da einfach in den Himmel geschoben ist. Ja genau, das hab ich gewollt, weißt du. Ich hab die ganze Zeit nur an Tobi gedacht, der jetzt zuschaut. Der wird bestimmt Spaß haben. Wenn der Zug plötzlich aus dem Helikopter rausfährt. Wie? Doch. Krass, dass der einfach durch die Wand fährt, ne? Krass, ey. Wie sagst du denn aus? Aber der Helikopter war nicht da. Ich hab kaum was gesehen. Ich hab mich direkt gedreht und bin gut runtergefallen dann. Ansonsten, ja. Ich mein nicht vom Zug, sondern ich meine von der Landschaft. Boah, geil. Kann ich nur empfehlen bei der Map. Schon ganz gut. Soll man öfter machen, aber dann vielleicht ohne Curry. Einer geht rein und drei versuchen auf dem Ding zu stehen. Warum? So, das war's dann wieder jetzt für diese Folge. Tschüss. War überhaupt nicht stressig oder so. Nee, gar nicht. Ach, easy. Ganz chillig. Ganz easy. Tschüss, ne? Ja, ja. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, ne? Ja. Oh, das ist noch mein Penis. Entschuldigung. Jetzt auch mein Penis hier. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit... X.